Pfandkuchen Alter und weiß was wir morgen zum Ampo gibt Pfandkuchen Spaghetti nein Quatsch Spaghetti warum sag ich Spaghetti Lasagne Besser als Spaghetti Lasagne ist echt ziemlich cool Lasagne ist der Hammer ich merke aber ich kann nur an den roten Stellen da an die Teile ran wenn du das sagst ja scharf oh der Ninja ist dick der ist bisschen außer Form das ist auch einfach nur stark Ninjas sollten nicht so dick sein und sie stark sind ja ich bin gestorben aber nicht ich habe mich gerade oben festgehalten weil wir haben so viel Bonus verpasst und du freust dich deswegen ja ich glaub doch nur du wärst ja ganz tolle was denn da oben und Schlüssel achso du hast du dich immer festgehalten oh Gott was hab ich hier rasterben Alter hast du meinen Sprung gesehen der war cool extra Level hin wir kommen jetzt packst du ja auch noch Stipps nur um 9 nein ich spieße oh da hat sich verarscht da hat sich verarscht und die nächste Stage sieht gar nicht mal so gut aus so einfach so hast du noch so einfach so hast du noch ja das ist der Letzte naa ein noch und ja hihihi ja ja das ist durchhaltend das ist nicht nur ich kann mich gut durchsetzen hihihi ein noch du schaffst du ich mach das jetzt aber okay das zwei mach zwei Versuche ich mach das jetzt einfach selber du das könntest also wie das könnte pass mal auf oh kacke ey das war knapp oh kacke ey das war knapp hihihi 2 Euro wer es kriegt ey hihihi hihihi nein warum ist das so schwer hihihi ja ach ja 2 Euro hihihi ich hab schon 4 Euro gewonnen hihihi ich weiß nicht das ist ziemlich da unten ist der Tod und so und irgendwie muss man warten bis es passt und bei mir geht's gut läuft ich bin gestorben ja ich kann ich ja wiederholen okay gut oh Gott ja aufgrund zu wackeln da unten nengt was dran ich bin tot nein doch nicht noch eine Drehung jetzt das wäre übelst nein ja ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr ich akzeptiere es du auch ich hatte schon ernst gedrückt schon mal was dran aber dann äh jetzt das ist ziemlich uncool wenn man sich nicht mehr das ist das ist das Leben ey das war für mich der das bis jetzt hier sehr gefällt hat du fällt es jetzt auch ey nein nein warte entspann dich du musst gucken ob es doch passt ne ja das passt das passt das passt nein das passt nicht ja hält dich an irgendwas fest hält dich an irgendwas fest hält dich an irgendwas fest also wenn du gerade runter fliegst wäre das sehr deprimierend warte noch warte noch warte noch jetzt du sagst immer im falschen Moment ist es doch falsch ich rechne damit dass du reagieren musst noch eine Sekunde Reaktion nein man ich springe genau wie du jetzt sagst weil du ein und trainiertes und trainierte Reaktion meine Reaktion sind verdammt gut deine Reaktion diesen was tust du denn da jetzt du musst hören welches Ding muss ich denn jetzt äh ja keine Ahnung man ja nein du musst das ich bin gierig geworden ja wirklich gierig nach Progress und wir machen das noch mal bis gleich so an der Stelle nochmal einen kleinen ja oh Gott ich will auch ah jetzt kann ich das Ding lenken guck mal das ist cool oh Gott nein 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 rechts 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 oh da oben rechts guck mal was da ist na ok naja so viele Bonuste sind hier auch nicht immerhin ja doch immerhin ok bis gleich so wir sind wieder da mal gucken ob diesmal was wird den Stopp hätten wir vielleicht manchmal machen müssen ne egal so das wäre glaube ich deine oh Gott du hast dich an mir festgehalten in der Luft ich bin mir beide in den Tod gesprungen oh man ey das ist aber echt ne eklige Stelle irgendwie fällt mir jetzt immer so auf wenn man schon mit dem davor Probleme hatte was wir natürlich nicht hatten ja ich bin drauf ich warte sozial auf dich das lässt von dir ich kann auch da rechts links hinspringen ja das wär auch was und jetzt mach ich das so ok ok desaktiviert ok desaktiviert so paar Schnafpause naja ich war zu niedrig aber ich bin wieder ran gesprungen gut dass man im Flug seine Richtung ändern kann ja gut dass das Spiel so realistisch ist gut dass ich tot bin ich akzeptier's das ist okay das ist in einem besseren Ort ja unter dir da wo die Frau hingehört ok 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 das schaffe ich nicht kill dich ach so ich will einen Versuch haben akzeptier's einen Versuch will ich haben akzeptier's nix akzeptier ich ok gut ich akzeptier dass ich den jetzt hole ok ich akzeptier's akzeptier wo muss ich denn hinlaufen Glück ist aber gestorben jetzt zack hm der ist ziemlich kurz an der Stelle ja ich hab's ah du hast einen Bohr ins Gold das ist doch schön guck mal ich kann ihn runterhängen so jetzt bisschen tiefer dann kannst du da leichter ran aber wir können ihn auch ganz lassen oh hätt ich's gemacht ey hätt ich's gemacht dann hätt ich's ihn gekriegt ich war wieder in der Mitte da war wo mich der Preis von der Zielgruppe nur wissen man da unten also willst du noch mal probieren ja jetzt kriegst du oder auch nicht noch ein Drehort warten jetzt ja das lief doch gut zudem ist eine Niederlage sieht so aus das ist jetzt ist eben wo man lieber so oh was kommt jetzt ich sehe im Teich und ich sehe das worum man sich feststellen kann da okay was war was kann ich hab nicht losgelassen wir haben irgendwas falsch gemacht wieso ich bin noch im Leben ja du hängst wahrscheinlich irgendwie bei der Rechte oder so ein Schleiß oh das ist cool ja Alter das ist enorm cool oh Gott nein das ist nicht so cool oh da hinten ist doch ne? okay du längst keine Ahnung ich bin der Mann lass mich fahren bin nicht weiter runter da fail ich hab nicht gesagt dass ich fahren kann ich will den Bonus und den rechts auch ich will Schmuckstücke so sind die Frauen ja ich wollte es gar sagen ich hab's gesagt Mann versucht einfach irgendwie nach Hause zu kommen und die Frau nein Schatz Schmuckstücke warte diesen Knöppel die darf ich drücken weißt was jetzt Ninjas ich bin runtergefallen man das war richtig fail ich hab Doppelkill versucht und bin dabei gestorben das ist okay oh Gott oh mein Gott alles vom Ninjas ja das war gemein Ninjas da sind die Ninjas ey wie nennt man das Überraschungsangriff ja ich mein auf Englisch das Wort Fruten Ambush Hammer warte 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 wir brauchen einen Ninja um darum anzukommen komm her Ninjaboy der 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 muss im Schatten bleiben wow oh Gott du hast mir so auf den Kopf gesprungen oh Gott oh Gott ist es heiß oh Gott sind die schnell mich hat's zerlegt Hilfe 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 oh Gott du musst es immer sehen wie der hier verzweifelt irgendwelche Kröpfe hämmer ich hämmer überhaupt nicht ich hämmer überhaupt nicht genau so holt man den Schlüssel Alter wir gehen jetzt weiter oder was die Schlüssel wie willst du den denn auch so wir gehen nicht raus ich hab auch gestorben zweimal ineinander ich glaub hier passiert was ne 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 ok womit töten die uns diese Summringe wie du dieses Spielbrockstil ne ich hab aber den Bonus nicht bekommen ne das ist fail oh das ist Kürtel das ist richtig cool aus hier oh what mach die mal kaputt ich mach mal seine Arschbappen kaputt das ist nett von dir oh Gott oh Gott oh wow was knapp noch 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 jetzt rauf zack auf den Kopf zack auf die Schulter echt besiegt was unser unsere Belohnung gar nichts soll ich weiter dürfen na gut du hast unseren bösen Meister besiegt drei von uns um aufs Dach zu gelangen ok ich bin auch oh das ist nice geht voll ich komm nicht weiter doch und jetzt lass den mal wieder los und lauf nicht weiter auch fail was das sogar befreit zum Ding aber weil es irgendwie auf dir ist werde ich sterben hab ich nicht geschafft dich zu retten das tut mir eh oder tut mir wirklich halt du weil du nicht schnell genug wirst so da komm ich hier Knopf oh ich liebe Knöpfe und Hebel ich liebe diese Dinge ich liebe dieses Spiel ey oh Gott das ist nicht so gut das ist eher suboptimal halt halt ok nein warte der geht runter dann sind wir tot jetzt rechts du lenkst oder was ja bin ich dabei oder was dann mach ich gar nicht ich entspann mich nein das ist frisch und schief gegangen jetzt sind wir tot oh Gott jetzt sind wir tot nein das war einfach nur das epische Ende weißt du weißt du auch noch mal schön mit einem One I will not have it oh ich hab übelst verloren heiligen schnappen hmmm Regenbogen hmmm hast du gesehen? ja Regenbogen muss das noch nicht Regenbogen ich hab gewonnen ich hab gewonnen ich hab schon heftig gewonnen ja aber ich hab ein Konzern ja und dafür habe ich auch so gesehen im Wald oh und ich stehe hier vorne und ich hab ne Sonnenbrun du kannst im Wald nicht ok was kann ich nicht? nein leider vergess es Bitchlap Bitchlap ja ja Bitchlap das kann der Konzern mehr enden was ich eben ändern muss Tipp zu ripp das habe ich vorhin vergessen zu spät nix zu spät ja dann mach hin oh shit das ist zu spät hey ist ja gar nichts mehr oder was ja fail so jetzt kam es gerade ey tja tja aber schlau wie ich bin kann ich das jetzt immer noch ändern ja ja das mache ich wohl leiden du oh jetzt habe ich es gesagt jetzt habe ich es im Letztplay gesagt was? ist das die schlafe geistigen Eigentums? ne oder? was? egal so was ist hier los? das ist hier oben so eine Laterne das ist schön für dich oh das ist glaub ich zu Fliegerät das ist irgendwo hier ah hier ah ok ah ok oh Gott oh das ist lässig ich drücke hoch und du drückst lenken oder was? ein bisschen schnell nach rechts oh da hinten sind die sinkt das runter wenn wir nicht drücken? keine Ahnung eigentlich schon oder? ja irgendwo war der rechts und hoch schau du hältst einfach nur den Linksknopf was soll das? ich weiß nicht was ich machen muss hier rechts ist bei mir einer siehst du das? und bei dir ist links einer und hier oben ist einer und das sind die Richtungen die wir steuern ja dann mach ich mal nach oben ja und ich mach nach rechts und wir haben uns verkackt noch nicht nein alles nicht oh Gott ich glaub ich sollte mal aufhör nach oben zu lenken ja ein bisschen steige von der Flugmaschine ja da bin ich auch ja da bin ich auch ja war eine dumme Idee jaaah rechts und hoch ok hier sind wir wohl runter hier ist eine Brücke? pfff bis ich hier das wieder runter so nach rechts weiter die Brücke wegschieben oder was? nein? ja vielleicht hältst du das auch vielleicht können wir irgendwo nach unten ja da oh du bist plattgedrückt worden ja das war richtig ekliges Geräusche von unserer Flugmaschine ah so wir haben da schon fast alle Leben aufgebraucht hier das macht gar nichts ich bin weiter würdest du mitkommen wollen mal rein hypothetisch vielleicht ok hier sind zappelige zappelige Ninjas was geht da was geht da? sind Fallen? was geht da?